Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chou Bi Hui. Ja, heute wollen wir uns mal einem Ausdruck widmen, den man sehr oft hier in Taiwan hört. Und zwar handelt es sich dabei um den Ausdruck Bu Ho Yisi. Genau, also wenn man das übersetzt, das sind vier Zeichen, dann kann man sagen Bu Ho, das heißt nicht gut und Yisi, das heißt vielleicht sowas wie Meinung oder auch Absicht. Aber zusammengesetzt hat dieser Ausdruck eigentlich eine ganze Reihe von Bedeutungen, die man auch nicht unbedingt nur als eine einzige Art, auf eine einzige Art und Weise übersetzen kann. Man könnte das zum Beispiel übersetzen als Entschuldigung, aber man muss auch sagen, in vielen alltäglichen Situationen kommt diese Satzkonstruktion zur Anwendung. Und BBC hatte sogar vor kurzem einen Artikel zu diesem Thema und hat deshalb auch Taiwan die Insel genannt, die niemals aufhört, sich zu entschuldigen, weil dieser Ausdruck eben wie gesagt auch als Entschuldigung übersetzt werden kann und so dann auch oft benutzt wird. Und über einige dieser Beispiele wollen wir uns heute unterhalten. Ja genau, Bu Ho Yisi kann man als Entschuldigung übersetzen oder Sorry oder es ist mir peinlich, aber ich würde von vornherein sagen, das ist nicht wirklich so stark wie Entschuldigung. Wenn ich dich aus Versehen getreten habe, dann sage ich mal Entschuldigung oder in Taiwan sagt man Bu Ho Yisi oder lass mich durch, bitteschön, dann sage ich eigentlich Bu Ho Yisi. Oder wenn ich eine Bedingung in mein Restaurant rufe möchte, dann sage ich Bu Ho Yisi und so, können Sie hier vorbeikommen oder ich möchte jetzt was bestellen. Und so fängt man mit dem Satz immer mit diesem Ausdruck an, nämlich Bu Ho Yisi. Bu Ho Yisi darf ich jetzt etwas bestellen zum Beispiel. Oder in vielen Fällen, dann sagt man einfach immer Bu Ho Yisi. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass die Taiwaner zu sehr Bu Ho Yisi gesprochen haben. Bei manchen Fällen muss man eigentlich nicht unbedingt Bu Ho Yisi sprechen, aber man sagt es einfach so. Und ich würde sagen, man begrüßte früher immer mit Chibaomei, haben sie gegessen oder so. Inzwischen begrüßt die Leute gegenseitig. Hallo, Ni Hao, wie geht es dir, wie geht es Ihnen? Und man begrüßt jetzt auch nicht mehr Bu Ho Yisi. Allerdings Bu Ho Yisi wird dann meine Akten noch mehr benutzt als wie geht es dir, Ni Hao, sondern immer Bu Ho Yisi. Sehr, sehr Bu Ho Yisi sind die Taiwaner jetzt geworden. Ja, genau. Und wie du gerade schon sagtest, also als Entschuldigung ist es vielleicht manchmal schon zu stark, wenn man das als Entschuldigung benutzen wollte, beziehungsweise das Wort wäre eigentlich nicht unbedingt genug. Dieses Bu Ho Yisi um eine wirkliche Entschuldigung, die von Herzen kommt oder weil man vielleicht gerade wirklich etwas getan hat, was jetzt überhaupt nicht angemessen war oder sich aufrichtig bei jemandem entschuldigen wollte, dann wäre das nicht stark genug. Und die Übersetzung Entschuldigung wäre vielleicht in einem solchen Falle schon etwas zu stark. Aber auf der anderen Seite, man kennt das ja auch, wenn man vielleicht gerade aus Versehen jemanden anrempelt oder jemanden auch nur an einem unbekannten Ort zum Beispiel nach einem Weg fragen möchte, da kann man ja auch im Deutschen zum Beispiel sagen, entschuldigen Sie bitte und stellt dann die entsprechende Frage. Allerdings auch in diesem Falle ist das natürlich dann auch nicht so wirklich ernst gemeint mit diesem Entschuldigen. Es ist dann einfach nur eher so eine höfliche, einführende Floskel, die man verwendet, um eben nicht ganz als unhöflich eben herüberzukommen. Aber in Taiwan finde ich auch ist das tatsächlich im Alltag weitaus verbreiteter. Also sehr oft zum Beispiel hört man das, wenn man mit der Bahn fährt und normalerweise gerade zu den Stoßzeiten hier in Taiwan, dann fahren ja immer sehr viele Leute mit der Bahn und es ist sehr voll. Und manchmal da kommt man auch nicht umher, um sich an jemanden so ein bisschen vorbeizudrängeln. Und wahrscheinlich in so ziemlich jeder Kultur ist das eigentlich sehr unhöflich, wenn man einfach nur sich vorbeidrängeln wollte, ohne irgendetwas zu sagen. Und dann hört man zum Beispiel auch in Taiwan gerade sehr oft dieses Buhao Ise. Du hast ja auch gerade schon eine weitere Übersetzung gesagt, nämlich es ist mir peinlich oder ich mache etwas ungern. Und das ist eigentlich auch vielleicht was noch konkreter damit gemeint ist. Das heißt, also es tut einem irgendwie leid, dass man die andere Person in Verlegenheit bringt, weil man irgendetwas von ihr will. Und dann benutzt man eben auch gerade diesen Ausdruck, weil man zum Beispiel von ihnen will, dass sie jetzt mal eben auf Seite gehen, damit man an ihnen vorbeikommt, um aus der Bahn auszusteigen oder einzusteigen, je nachdem. Ja, das heißt ja, in manchen Fällen benutzt man dann diesen Ausdruck Buhao Ise. Zum Beispiel, wenn man diese Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, dann sagt man Buhao Ise. Zum Beispiel beim Wegefragen, dann sagt man Buhao Ise, ich möchte zum Hauptbahnhof gehen. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Dann fängt man mit dem Buhao Ise an, also um die Aufmerksamkeit zu ziehen. Oder ich beschuldige mich ein bisschen, es ist mir peinlich oder ich habe etwas falsch getan. Allerdings nicht wirklich große Fehler war das und dann sage ich immer Buhao Ise. Entschuldigung, ich bin verspätet, ich komme zu spät oder ich kann morgen nicht zu dem Termin kommen. Dazu kann man natürlich immer Buhao Ise sagen oder einfach nur, weil ich blamiert bin oder es ist mir peinlich und ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren kann. Dann fange ich mit dem Buhao Ise an und ein bisschen zögert und da habe ich, was weiß ich, zwei Sekunden gewonnen, um zu überlegen, was ich passend aussprechen kann und soll. Das ist auch ein Fall. Oder wenn ich jemanden rufen möchte, zum Beispiel, wie gesagt, diese Bedingung im Restaurant oder so und ich weiß nicht, wie der heißt, dann sage ich einfach Buhao Ise. Ihr könnt mir helfen oder manchmal Buhao Ise, können Sie mir helfen oder sowas, dann sagt man immer Buhao Ise. Natürlich sind die Taiwaner sehr höflich und sehr zurückhaltend. In diesem Fall, dann beginnt man auch immer mit Buhao Ise an, mit seinem Satz. Und daher, man hört eigentlich am Tag, was weiß ich, in welcher Situation, vielleicht zehnmal, zwanzigmal Buhao Ise. Es ist wirklich ein sehr verbreiteter Ausdruck hier in Taiwan. Ja genau und damit sprichst du auch noch eine andere Besonderheit an. Also gerade hier in Taiwan ist ja dieser Ausdruck sehr verbreitet, aber es ist ja kein taiwanischer Ausdruck, also es ist schon Mandarin oder Hochchinesisch. Aber trotzdem ist es wohl so, dass in der Volksrepublik China, da gibt es natürlich auch diese Wortkonstruktion, aber da wird sie nicht so oft verwendet anscheinend. Das sagt zumindest auch dieser BBC-Artikel. Ich selbst war noch nie in China und weiß nicht genau, wie der Alltag dort aussieht. Viele Taiwaner sagen ja immer, wenn sie nach China gehen, dass es ihnen dort irgendwie alles sehr unhöflich vorkommt, und dass die Leute einfach etwas rauer sind, so im Umgang miteinander oder im alltäglichen Miteinander. Aber unter anderem eben anscheinend auch diese Floskel des sich ständigen Entschuldigens, die hat man da anscheinend nicht so oft, wie das in Taiwan der Fall ist. Und daher hat die BBC auch diese Erscheinung analysiert, geforscht und zu dem Ergebnis, nämlich dass Taiwan eine Mischung von dem Konfessionismus und der japanischen Kultur ist. Und die Leute sind höflich und zurückhaltend und wollen alle Auseinandersetzungen vermeiden. Und so, man wird ja von sich aus zurückhaltend verhalten und immer sich entschuldigt, obwohl man eigentlich gar keine Fehler begangen hat. Und das stimmt schon einigermaßen, weil die Japaner zum Beispiel, die sprechen auch immer diese Sumimasen. Da hörte ich eigentlich immer, das ist ähnlich wie so Bohau ist hier in Taiwan. Taiwan war wirklich 50 Jahre Kolonie von den Japanern. Und daher, die japanische Kultur hat Taiwan ziemlich stark beeinflusst. Auf der anderen Seite, aus dem Konfessionismus hat die Taiwaner auch gelernt, dass man höflich sein soll und zurückhaltend bleiben soll und so. Vielleicht hat BBC-Journalist wirklich dann zu der richtigen Schlussfolgerung gekommen. Aber irgendwie werde ich auch noch behaupten, dass das nur so eine Kultur oder eine Angewohnheit ist. Denn vor 30, 40 Jahren war Bohau ist eigentlich nicht wirklich verbreitet. Aber jetzt dann ist es so, wie alle Leute wirklich eingesteckt wurden und sprechen immer Bohau ist. Ja, und es gibt natürlich auch zwei Schattenseiten, die werden auch in diesem Artikel kurz angeschnitten. Nämlich das eine ist, dass man sich einfach zu viel entschuldigt, also wie auch schon der Titel dieses Artikels sagt, und dass man damit irgendwie auch so eine gewisse Unterwürfigkeit irgendwie zum Ausdruck bringt. Das heißt also, es besteht vielleicht gar kein Anlass, dass man sich für irgendetwas und sei es auch nur noch so oberflächlich entschuldigt. Aber man tut es eben einfach trotzdem aufgrund einer bestimmten Angewohnheit. Und manchmal, je nachdem, an wen man gerät, also natürlich sind auch nicht alle Leute in Taiwan nett. Genau wie überall auf der Welt gibt es auch immer welche, die dann vielleicht auch diese Art von Unterwürfigkeit etwas ausnutzen. Oder wenn man dann als Taiwaner ins Ausland geht und erwartet dort eine ähnliche Art der Diskussion oder dieser Höflichkeitskultur, die sich aber dann von derjenigen vor Ort unterscheidet, da kann man damit vielleicht auch ganz schnell an Probleme geraten. Oder man wird vielleicht sogar auch irgendwie als naiv dargestellt oder sonst irgendwas und macht sich dann eher zu einem Opfer von anderen, die einen ausnutzen wollen oder so. Und das zweite Problem ist, dass man vielleicht zwar dieses Wort benutzt, aber eigentlich gar nicht wirklich damit meint, sich zu entschuldigen. Das heißt also, es ist wirklich nur eine Floskel, eine Hülse, die man eben benutzt, weil in einer bestimmten Situation erwartet wird, dass man sie benutzt. Aber es ist eigentlich nicht wirklich mit einer wahren Entschuldigung verbunden, selbst wenn in dem Fall oder in einem bestimmten Fall eine solche Entschuldigung angebracht wäre. Und das kennt man wahrscheinlich auch aus vielen anderen Sprachen, dass man, wie auch gerade schon erwähnt, im Deutschen, wenn man einfach nur sagt Entschuldigung, bevor man jemanden anspricht, das aber natürlich nicht meint als eine richtige Entschuldigung, sondern eben einfach nur, um einen Einstieg in das Gespräch mit meistens ja einer fremden Person erst einmal zu finden. Aber in Taiwan gibt es ja eigentlich auch noch einige andere ähnliche Ausdrücke, die auch immer wieder darauf hinweisen, dass man ja dem anderen schon nicht unbedingt unnötigen Ärger machen möchte und dass man sich dafür schon so ein bisschen im Vorfeld entschuldigt. Wie zum Beispiel auch dieses Buhao Ise, wenn man das am Anfang eines Satzes oder eines Gesprächs anbringt. Und zum Beispiel zu diesen Ausdrücken gehören auch dieses Mafani oder Xinkule. Ja, genau. Und war Xinkule. Das sagt eigentlich immer der Vorgesetzte zu dem Untergegebenen. Unsere ehemalige Vize-Generalmanager zum Beispiel. Ich kann mich immer daran erinnern, dass er immer, nachdem wir so den ganzen Tag so hart gearbeitet hatten, da kam er zu uns in jeder Redaktion und dann den Leuten immer gesagt, Xinkule. Ja, das gilt eigentlich als ein Lob, aber in meinen Ohren, da hört es sich natürlich sehr lächerlich, weil wir haben die ganze Zeit gearbeitet und er kam zum Schluss, um alles zu ernten sozusagen und er sagt einfach Xinkule. Aber wenn man wirklich sehr hart gearbeitet hat und andere Leute dich ein bisschen gelobt oder getröstet hat, sollte eigentlich nicht falsch sein, nur je nachdem, wie man diesen Satz ausspricht und welche Betonung es gibt und so. Aber Mafan, das ist natürlich auch ein sehr schöner Ausdruck oder Floskel, weil in Europa, also in Deutsch auf jeden Fall, finde ich eigentlich keinen so entsprechenden Ausdruck. Aber hier in Taiwan benutzt man sehr viel Mafan. Oder ich sage fast jeden Tag, zähl mal, hau Mafan, ja, Mafan ist umständlich. Ja, genau. Und viele Leute, die dieses Wort benutzen, wenn sie Chinesisch gelernt haben, viele Deutsche zum Beispiel, die benutzen dann auch gerne dieses Wort Mafan in einer bestimmten Situation, weil es einfach passt, aber weil ihnen vielleicht auch nicht gerade irgendwie die passende Übersetzung dafür einfällt. Und tatsächlich ist vielleicht die einfachste Übersetzung so etwas wie umständlich oder beschwerlich irgendwo oder störend. Aber wenn man das jetzt als einen eigenen Ausdruck benutzt gegenüber einer anderen Person, dann heißt das eigentlich auch so etwas wie, ich entschuldige mich dafür, dass ich dir jetzt diese Schwierigkeiten bereite. Also es ist ein ziemlich langes Sätzchen schon fast im Deutschen. Aber auch dieses Chinko, das heißt ja eigentlich so etwas wie beschwerlich oder im Falle von einer Arbeit vielleicht, dass man eben hart arbeitet oder dass man besondere auch irgendwie Schwierigkeiten hatte bei der einer Arbeit. Aber man würde das in der Situation wahrscheinlich auch von deinem Chef einfach so übersetzen, als sagt er einfach Danke in dem Moment. Also man kann das eigentlich so übersetzen als eine Art von Danke, aber ähnlich wie dieses Buhao Ise ist die Situation ein bisschen anders und auch die Bedeutung, die dahinter steht, geht etwas weiter als vielleicht dieses Danke oder in dem anderen Falle das Entschuldigung aus der deutschen Sprache. An dieser Stelle muss ich betonen, die Grenze zwischen der sogenannten Buhao Ise oder Dei Buqi Entschuldigung oder Bauchien Sorry sind eigentlich fließend. Also je nachdem, in welcher Situation, wenn ich jetzt jemanden aus Versehen angetreten hatte, kann ich eigentlich auch sagen Dei Buqi oder Bauchien. In diesem Zusammenhang kann man natürlich auch immer Buhao Ise sprechen. Das kommt sehr darauf an, wenn ich sehr stark jemanden getreten habe, dann sage ich eigentlich Dei Buqi. Und vor allen Dingen, wenn dieser dann deswegen gefallen ist, dann sage ich Buhao Ise, Buhao Ise oder Dei Buqi. Also nicht nur einmal, sondern mehrere Male hintereinander. Oder Bauchien. Bauchien ist eher so klassisch, aber kann man auch bei diesem Fall benutzen, wenn man wirklich große Fehler begangen hat, dann muss man wirklich Dei Buqi sagen und mehrere Dei Buqi hintereinander sagen und am besten sich noch beugen und dann wirklich sehr, sehr Buhao Ise ausdrücken. Also das heißt, Buhao Ise heißt dann vielleicht in diesem Moment, dass es dir auch gar nicht so richtig bewusst war, dass du jemanden aus Versehen getreten hast. Wohingegen dann dieses Dei Buqi eher schon so ist, dass du das tatsächlich festgestellt hast und dass es dir auch wirklich sehr, sehr leid tut. Und ich finde gerade aber, wenn man dieses Wort Dei Buqi, also auch diese Art von Entschuldigung, mehrmals hintereinander schnell sagt, dann hat das eigentlich auch noch eine andere Wirkung, als wenn man es vielleicht einmal langsam sagt. Also das ist irgendwie durch diese Verdopplung oder Verdreifachung ist es eigentlich schon fast wieder weniger stark, aber noch stärker auf den Moment bezogen. Wohingegen man natürlich auch dieses Wort, wenn man sich jetzt bei jemandem entschuldigt, weiß weiß ich, für jahrelang schlechte Bezahlung auf der Arbeit oder so etwas oder für ein tragisches Ende einer Beziehung, dann hat das natürlich noch eine stärkere Bedeutung, wenn man es vielleicht nur einmal benutzt, aber dafür dann an einer ganz prominenten, an einer ganz markanten Stelle. Ja, auf jeden Fall, gerade natürlich, wenn man auch als Ausländer ein bisschen Chinesisch kann oder einfach weiß, was dieses Wort bedeutet, dieser Ausdruck bedeutet oder diese Ausdrücke, dann kommt einem natürlich schon irgendwie so vor, dass die Taiwaner besonders höflich sind oder besonders freundlich und tatsächlich ist das nicht nur ein subjektiver Eindruck von mir oder vielen anderen Ausländern, die in Taiwan leben, sondern es gibt auch Umfragen dazu. Auch in diesem BBC-Artikel wird zum Beispiel zitiert, diese bekannte Expert-Insider-Index von der Organisation Internations und der hat zum Beispiel herausgefunden, durch seine Befragungen von Ausländern in unterschiedlichen Ländern der Welt, dass Taiwan also konstant eines der freundlichsten Länder der Welt ist, einfach in der Art und Weise, wie die Taiwaner von den Ausländern wahrgenommen wurden. Und zum Beispiel haben in einer jüngsten Umfrage 90% der Ausländer in Taiwan den Taiwanern sehr gute Noten, sehr hohe Noten gegeben für die Gastfreundschaft und in der gesamten Welt lag dieser Wert wohl nur bei 65%. Also sieht man schon, dass Taiwan wirklich weit über dem Durchschnitt liegt. Allerdings gibt es wahrscheinlich auch eine andere Art von Höflichkeit in Taiwan als eben in anderen Ländern. Das heißt also bei manchen Dingen, auf die man vielleicht dann eher zu Hause Wert legt oder Wert legen würde in der Öffentlichkeit, zum Beispiel wenn man anderen Leuten die Tür aufhält, dass es dann vielleicht in Taiwan weniger weit verbreitet. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt jemandem keine Beschwerden machen möchte oder sich eben besonders dafür entschuldigen möchte, das ist dann wieder so ein Punkt, der wird in Taiwan sehr hoch gehalten. Ja, genau. Und du hast ja vorhin noch gesprochen, dass wenn ein Ausländer in Taiwan ein bisschen Chinesisch sprechen kann, dann wird er immer gelobt. Wenn ich jetzt zu dir sage, sie sprechen sehr gutes Chinesisch, dann kannst du natürlich sagen... Buhauise. Genau. Das kann man immer Buhauise benutzen. Manchmal ist man nicht wirklich sehr Buhauise, nur... Man spielt das Spiel mit. Ja, genau. So wie du dann nicht wirklich meinst, dass mein Chinesisch sehr gut ist, meine ich dann auch nicht wirklich, dass ich mich dafür entschuldige. Buhauise. Genau. Also Buhauise kann man wirklich in verschiedenen Situationen benutzen. Und du hast ja vorhin gesagt, dass dieser Ausdruck in China nicht so weit verbreitet ist. Und das kann ich wirklich dann bestätigen, weil ich oft China besuche. Und die Chinesen sprechen wirklich nicht so oft Buhauise. Allerdings, die haben natürlich andere Sätze, die auch immer gesprochen haben. Und Buhauise ist wirklich eine Besonderheit in der taiwanischen Kultur. Chinesisch werden nicht nur in Taiwan oder in verschiedenen China gesprochen, sondern auch in Hongkong, in Malaysia zum Teil oder in Indonesien, in Singapur teilweise gesprochen. Allerdings wirklich nur die Taiwaner, die benutzen am meisten diesen Ausdruck. Und daher viele Fessler-Chinesen, wenn die nach Taiwan kommen, viele von denen sind ganz begeistert davon. Also viele meiner Freundinnen oder Bekannten aus China, die haben auch natürlich immer diese Buhauise-Kultur gelobt, weil die fühlen sich wirklich ganz wohl, weil die Leute so höflich sind. Und eigentlich werde ich auch noch behaupten, dass die Taiwaner diesen Ausdruck immer benutzen, nicht nur, weil sie wirklich höflich sind, sondern weil sie sehr schüchtern sind. Und die wollen den anderen gegenüber zuerst bescheiden zeigen. Und dann versucht man, seine Logik zu erklären oder seine Meinung auszudrücken. Und das, wie gesagt, Buhauise ist wirklich nur ein Beginn seiner Erklärung. Und das bedeutet manchmal nicht wirklich sehr viel. Das ist nur mal so. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hambach. Und Chou Bi Hui. Vielen Dank für's Zuschauen.